Ja, 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 nein. Nooooooo! Nein! Cannons on Main Street klingt ja als erstes Mal ziemlich gefährlich. Oh mein Gott! Okay, locker, locker, locker. Nein! Gut, wir machen jetzt keine große Fats. Wir machen jetzt nur ein Trick des Jahrtausends! Hä? Ist mir grad der Faschistener Sattel von unserem Kind noch in die Fresse geflogen. Eigentlich ist es ja am Wochenende immer bei seiner Mutter. Aber ich hab heute gesagt, komm, ich nehm's mit dem Macher in eine Radtour. Was passiert? Es springt einfach ab. Tja, dafür kann ich das hier. Oh, Baby, it's triple! Kind, du bleibst auf jeden Fall hinten drauf. Chill, chill, chill. Chill doch mal, Kind! Es kommt einfach nicht zur Chillung. Oh, knapp. Wir haben leider unseren kleinen Sohn verloren. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was ist er weiter? Industrial Power! Kein Problem für mich, Mann. Ich bin sowas von industrial angehaucht, Alter. Aha, merkst du was? Oh, und wir haben... Warum fällt das Kind davon? Warum passiert das? Da war eine Mine! Ich bin einfach irgendwie... Keine Ahnung, an der Mine vorbei. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich... habe es geschafft, na, ist schon gut. Sehr gut, unser Kind ist wieder dabei. Wir brauchen einfach diese Stabilität, die das Kind halt dann doch wiederum in das Spiel mit einbringt. Mann, wir sind zu fett mit dir. Aufkommen, was war das? Ha, easy, Mann! Also, wie locker war... Oh, Gott! Also, wie locker war... Oh, Gott! Reik! Ich will eigentlich unser Kind ungern verlieren. Das ist immerhin unser Kind, richtig? Oh, fuck. Das Kind ist halt schon weg. Das kann... Davon kann ich jetzt aber nichts. Ja, er bleibt an der Garagenmauer hängen! Ist er total bescheuert? Was war das denn? Wie geht das? Warum macht er das? Und was passiert da jedes Mal mit unserem kleinen Child? Gut, gut. Sawblades sind mir sowas von egal. Die machen mir überhaupt nichts aus. Guck mal. Ha! Eine meiner leichtesten Übungen. Cannons on Main Street. Klingt ja als erst mal ziemlich gefährlich. Ich gehe aber einfach mal stark davon aus, dass es total lustig kann, also die uns nie im Leben treffen. Oh, mein Gott! Ich habe mich sowas von geirrt. Fuck! Warum ist hier eine Rampe? Brauche ich die Rampe zwingend? Kind! Okay, da war auf jeden Fall der Wind nicht so optimal. Locker, Mann. Oh, fuck! Die Kanone hat den Karton zu uns hingeschossen, diese Kiste, oder was es ist? Nein! Ha! Fahr! 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 Tja, nichts zu meckern. Das ist schon das Ziel jetzt davon, oder was? Aber wie locker waren das jetzt, da? Ne, kein Ziel. Immer weiter hier. Oh, mein Gott! Sie hat mir den Kopf weggeschossen. Wo ist mein Kopf? Da hinten liegt er. Ne, das ist der Arm. What happened? Ja, wie komme ich jetzt hier rum? Wow! Komm schon! Ha! Macht nichts, ich bin noch da. Dafür haben wir zwei Beine, dass wir so genauso... Oh! Wenn dieses scheiß Ding nicht wäre, dieses blöde Bordstein-Ding. Der Hand, der Bordrand, der Randbordstein. Okay, ich hab's. Jetzt passiert's. Es ist nicht so ganz, ganz gelungen. Kann ich bitte das... Komm, komm! Gib Gas, Mann! Nein! Okay. Neuer Plan, neues Glück, andere Variationen. Gut. Wer braucht schon zwei Arme zum Fahrradfahren? Man braucht nur ein gesundes Bein. Scheiße. Scheiße. Okay, okay, okay. Okay. Oh, fuck. Er ist so richtig gefickt. Nein, da komm ich nicht rein. Oh, nein. Oh, Mann. Okay, wartet. Vielleicht geht's so. Wir haben wirklich alles verloren hier. Jedes Körperteil, das man verlieren kann, haben wir eben verloren bei dem Versuch. Okay, okay, okay. Ich bin noch ganz, ich bin noch ganz. Wie soll man das hier schaffen? Wie hab ich das im Stream geschafft? Ah, wahrscheinlich so, ne? Nein, nein. Ha! Ha! Ah, es ist einfach, die Strecke hier. Oh, fuck. Schneller, 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 schneller. Come on! Oh, die Fresse noch angeschlagen. Full Moon Madness. Auf Z kann man das Licht anmachen. Gut. Na, die Strecke... Ich kann hier überhaupt keine einzige Gefahr erkennen. Jetzt ein bisschen Gas geben. Könnte ich es doch schaffen? Leicht. Eine Leichtigkeit. Was passiert hier? Er schießt ja mit irgendwelchen Kanonenkugeln. Oh, fuck. Wir hätten da rüber. Ja, du kleiner Gnom. Oh, shit. Das war hart. Ich erinnere mich. Nicht unbedingt das hier. Ach, komm. So, aber das, was danach kam. Also, passt auf. Dieses hier kam einem schon unmöglich vor, finde ich. Man musste... Oder könnte man einfach hier locker durch. Wir testen es mal. Geht. Okay, hat es erledigt. Dann ist es erst im nächsten Raum, die Unmöglichkeit. Irgendwann kommt es ein Raum voll mit Minen und man muss... Ne, das ist eigentlich auch ziemlich kicke hier, glaube ich. Wir schieben uns ganz genüsslich hier rein. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Bitte nicht zu mir fliegen. Bitte nicht zu mir fliegen. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Nein, nein, wow. Ich dachte, er fällt jetzt hin aus seiner eigenen Dummheit heraus. Ich weiß nicht, was hier schwer war. Der wird nix. Wahrscheinlich nix, ne? Hui. Rooftop hopp. Klingt nach einem Tanz. So, Leute. Ach, das war richtig schwer. Oh ja, ich weiß schon. Ich weiß noch, ich weiß noch. Achtung, wir müssen diesen Jump hier hinkriegen. Und auf dieses Rooftop... Was hat schon mal so eine schwierige Orgelegeheit, das, ne? Wir machen mal einen geraden Sprung. Glatten Sprung. Hät fast gereicht, ne? Das könnte doch eigentlich... Da könnte man doch was draus zaubern hier. Okay. Okay, das wird. Das wird. Das wird. Das wird. Das wird. Ja. 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 Nein. No. Nein. Ich habe es so früh schon geschafft. Also, soweit. Ich bin schon ein guter Buh, ne? Also, ähm... Es ist enorm, was ich hier mache. Es ist enorm. Komm. 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 Okay. 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 Nicht okay. Los! Unser Kind ist weg. Sehr gut. Das ist immer leichter. Fuck. Nein. 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 Das wird jetzt was. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Ich glaube nicht. F***. Fuck. Hopp. Komm. Ja. 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 Ruhig. Ja. Bitte keine Kanonen oder so. Das war so richtig nice. Meat Grinder klingt ziemlich lecker. Schauen wir mal, was passiert. Okay, okay. Gut, gut. Okay, okay, okay. Locker, locker, locker. Nein! Also wir müssen einfach nur links halten. Gut, hier durch. Okay. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Okay. Nein! War das einfach? Ach! War das einfach? 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 Bis zum nächsten Mal.